Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boi Simulator 21 Heute verhält der Jimmy einen E-Citaro den zweiten ne? Ja Mit Wertstandfahrt Hä? Gehst du nicht auf Linienfahrt? Jimmy Nee Warum gehst du nicht auf Linienfahrt? Jimmy Hey kommst du an die Adel gemacht hat 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 Oder keine Schinti-Werbung Ja und wie kommst du jetzt dahin? Ja ist gefährd Unfall weg Fährst du jetzt auf Linie Jimmy Mio 8 fahren sie jetzt auf Linie Ah 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 Wie hoch hast du denn jetzt hin? Bis zu sehen Hä? Bis zu sehen Ja, bis zu sehen Bis zu sehen Bis zu sehen Dann passt ihr nie im Leben durch! War ein Ding diequisite langsam her! Weg. Oгаul, die Autobahn! Äh..? Nähe! ÄH! Wacken. Hab doch upside-spiel, wacken! Vielen Dank. Ah! Hälfte! Jimmy! Oh mein Gott, Jimmy! Fahr doch mal langsamer! Jimmy, du fährst wie ein... du fährst wie ein paar Minuten! Jetzt... Du hast schon sehr viel Kälte verloren. Haben wir noch genug, ne? Jetzt warte ich, wir fahren mal entspannter. Jein! Ich soll mich nicht so leiser bringen ins Kamin. Weißt du, da... Ja, wir machen uns. Jo! Oh, der ist gar nicht. Geil! Ey, mir ist jetzt sicher, ob sich das schämen, ne? Jimmy! Haha! Die müssten kecken! Alter, lass doch mal, der steht in Ruhe! Oh! Haha! Schatz, Jimmy, ey! Machst du mal so ne Scheiß-Manöverfahren! Boasel? Weißt du noch nicht! Haha! Bronstar und ก planeen es drüber. Ja! War곡iert undСпiel Du hast gesagt, das ist ordentlich. 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 Hey Jimmy, hör mal auf den Sitz, warum du kitzelst dich? Mann, die Affärerei. Ich muss mal ein Video beenden. Ne, nicht beenden. Na wegen der Musik. Nein, hör auf, hör auf. Pausiere nur. Hör auf. Finger ab. Da macht die Musik leider. So, der Bus wird jetzt umgeklebt. Was bekommt er denn für eine Werbung? Die Kalle-Werbung. Die Kalle. Ja. Geile Kalle-Werbung. Da kommt er noch einen schönen Holzboden. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Jö, was fällt fest denn jetzt erstmal? Vergessen Sie die... Hör auf. Ich verfälsse echt wie ein Arschloch, ey. So, Timmy hat einen Calibus gemacht, einen Citadel, einen Zitadel, einen Zitadel, einen Zitadel. Das hat doch Öl, das ist immer vom Ohr nicht, Fabio. Der Weg geht's vor allem. Jimmy. Jimmy. Ja, das ist jetzt gut. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er ist heute nicht zu tun. Piep, piep. Ich fahr eigentlich immer nach dem Gießgarn hier. Da fahr' ich schon los. Achso, das ist leider das letzte Video. Na, mal gucken nächstes Mal, ob ich den Gießgarn hier fahr' f рав? Ja, da fahr' ich sie mir nicht. Und so, wir fangen Linie 5 heute mit einem E-Zutau in der Kalle-Werbung, größer nicht Kalle Koschinski, für den Bus, hier auch mit Kalle nochmal, Kalle Koschinski, Kalle, Kalle mit dem geilen Bus, gucken wir uns nochmal kurz an, Anja noch ein bisschen Zeit, die ersten Fires sind drin. Dankeschön für die Fahrkarten. Vielen Dank. Hast du gehört? Nee, Sack. Also ganz ehrlich, Sie da oben, wenn ich Sie empfehlen würde, würde ich Sie sonst an der nächsten Hälfte-Stelle rausschmeißen, wenn Sie so will. Also sowas macht man nicht. Türe blockieren. Das kann auch zu einer Türstörung führen. Mann, Mann, Mann. Soll ich mal, wenn Sie einen Bus haben, in die Tür... Alter, Jimmy, mach mal leise. Ja, ich glaube, ich muss mal richtig. Wenn ich Sie wäre, hätte ich Sie rausgeschmissen. Aber wenn Sie jetzt einen Bus hätten, dann würde ich Sie auch gerne in die Türstörung machen. Mal gucken, wie sie es denn finden könnten. Oh, E-Zitaro mit welchen. Oh. Ja, die BVG testet zurzeit einen E-Zitaro, einen Gelenker. Ob die dann einen E-Zitaro von Mercedes-Benz Gelenker kaufen. Dann haben sie Solaris-Gelenker E und dann Mercedes-Benz Solaris-E. Ich würde gerne an der nächsten Reitestelle raussteigen und mit dem nächsten Bus fahren. Jetzt ist mir nichts davon wert. So, wer hat denn hier diesen Spruch gegeben? So. Wann sieht das hier? Kommen Sie mal her. Ah, es gibt gleich eine Kontrolle von dir. Vielleicht möchte ich die auch nochmal sehen. Ah, ein Schwarzfahrer. In meinem Bus gibt es keine Schwarzfahrer. Sie haben keine Fahrkarte. Ja, freuen Sie, wie wir denn noch sehen. Na klar. Das ist wichtig. Gib dem Bus zurück. Hier. Mal schliere, dass ich den Bus nicht will. Der, 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 der Bade fällt. Das ist ein Steindinger. Jetzt war es gleich, wie du mal mit den Sachen packen kannst. Ja, habe ich schon. Das muss ich noch packen. Ja, ich weiß. Schlafanzugang ist noch eingepackt durch. Ey, ich habe hier. Und bin, bist du ungefähr morgen in Berlin da? Ja. Fahr doch mal alle, ey. Guckst du dir eigentlich PTA davon her? Oh, ich muss unbedingt noch Katzenfutter kaufen. Machen Sie doch. Ah, der EZ-Tauer und Lenker. Das nenne ich die perfekte Markposition. Das nenne ich die perfekte Markposition. Das nenne ich die perfekte Markposition. Hier ist kein Zebrastreifen. Das wisst ihr schon, ne? Da ist kein Zebrastreifen. Warum läufst du in meinen Bus rein? Das nenne ich die perfekte Markposition. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020